ich fand ich wurde das war so klar die Jürgen Mütter ist zu Röbel die ist auf vor M alleine und ich war ein siebter oder nicht fünfter auf einem Versuch wenn man würde ich die Dauer der Wattler gehofft und noch mal hier Profs an Wattler ich hatte mit Wattler richtig der Stress aber wir haben es halt beide nicht gemocht so einfach mal dann hat er mich kann man sagen gerettet von so ein Targeter namens A6 glaube ich hieß er ja unterstrich A6 und der braucht ganz schön lange für eine Kiste äh und ja also das schon korrekt der Typ wenn ihr jetzt schreibt mal hier der Bund sagt die Bescheidung später wird und so habe ich gehört mein Gott aller ich habe jetzt wieder kleine Framer Brüche ich raste gleich aus und ähm diese Runde weil ich jetzt auch wenn ich Fehler nehmen ähm ganz einfach weil ich mir ja ich bin keine Lust mehr wenn ihr sechs vier Aufnahmeversuche gefehlt habt oder halt ja gefehlt der Tage der Wink die müssen wegen weil ich schlecht gespielt hast und ist egal warum dann versteht sie mich ähm also wenn die Runde nix wird dann tut's mir leid weil normalerweise versuche schon hier gute Gameplays zu liefern oder halt games bisher gesagt oder wie auch immer wie ihr es nennen wollt ja so das war mal ein Scherwanderer wenn ihr den seht dann schreibt mal hier äh süße Boy von Kippo oder liebe schöne Grüße von mir oder wie auch immer äh und deshalb denkt jetzt nicht dass ich oh mein Gott ich will das Xp hä geh runter da war ich noch nie war zu betten die Kümmern zu sehen mit Schlafen also wenn ihr mich sehen uns in so mir helfen wir helfen das oder wenn ihr mir hier Sachen schenkt er zu n das war ein feiter Tablet das war jetzt natürlich das wird jetzt wie sie er läuft der Leck war richtig hart was soll ich sagen wenn man so ich denke mir nicht wenn ihr mehr für sich jetzt hier die Mörder weil mit was mit der Warte wichtig wird keine Ahnung oder so nebenbei mal angesagt und ich habe ein kleines Thema hier auch vorbereitet und zwar werde ich und hier Arux da ich Arux erwähnt habe und Arux war es eigentlich gar nicht weiß ich nicht mehr wer gesagt hat irgendjemand in der Clan von oder halt ein klaren Teamspeak bisher gesagt hat irgendjemand das gesagt ich weiß ich wer wer auf jeden Fall habe ich halt hier eine IP eine Zahlen IP die wovon Hive sexy ist ähm aber ich bekomme einen besseren Hits und ich verstehe es ja nicht wieso so ich finde ich geil und das habe ich halt hier mal gesagt dann lass schon wieder und jetzt wenn halt alle Hubzug ist wenn du es und bitte Arux weiß es nicht also lass Arux in Ruhe und ich aber ich sag sie einfach nicht ähm Leute was es wissen die ja die hier die die kennenzulernen weil sie sagen wenn sie wollen mir war lieber nicht oder so aber wahrscheinlich mal vorher schon so und so 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 Verium Place mit 5er Ping hat einfach die IP da der Welt ist das ist die einzige Chance ah hallo 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 ich bin ganz wie der Boy die von der Rüstung läuft 6 Rüstung war mit der das auch zu ziemlich gerecht er hier er weiß es sich nicht nicht und dann laufen wir nicht immer nach wie andere wie wie viele andere selbst leute die was wenn man mit dem Team wo meine Stimme kapiert sind dass man hier er er das wird er immer nachlaufen muss und so ich weiß nicht wo ich hingehen soll ich kann mal hier hin hier entlang sorry Leute aber ich habe irgendwie keine Stimme mehr dort du mir auch so ein bisschen leid ein und zweit das ist ganz untergekommen der Neue ich mir ich wusste es hier ist es auch noch es ist bei dem Weg der Päscher nicht was in Pro mal schauen ich bin kann denn auch nicht besser wo ich das schonste war Lach das wird sehr wichtig die Städter um ich bin glaube ich bisschen Borde ich weiß man will erspricht das lieber die Stürzweil ich dachte dass ich wieder erbten die Mittelnahme gesehen keine Ahnung äh genau ich hab ja hier irgendwo Spieler gesehen die gehe ich mal hier eins was ist zwei Easy Recken ne ich was also ich werde auch hier richtig oft als arroganter YouTuber oder generell dass ich arrogant bin abgestempelt naja aber nie ist so meint dass ich arrogant bin also wenn es wenn ich meine Videos ist versteht ihr einfach keinen Sarkasmus wenn es so ist oh da ist ein Zweека Überraschungsmoment didira dad, dad 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 ud d d d d d d dann hat er das war also das vor Ort nicht und ich weiß irgendwas können wir vor sind das war ziemlich lustig aber es gibt halt schon das ist nun präsentiert weil Premium hätten das meistens ist es ist so rassistisch gemein oder einfach nicht nur gemeint dass alle in der Mitte ist nicht aber es sei meistens so viele Nombräume sind einfach die Köln schiebt aber das ist ja alles selber es gibt auch sehr viele Prämie und sich schlecht ich habe jetzt mal mehr die Segen der Tempo so 20 Punkte einfach so aber hier das ist das ich mich nahe es sind ja aber es ist herziert oft dass die Nombräume ist hier nicht so die allerbeste sind ich glaube ich brauche mal hier ein bisschen auf was war auf der Karte ich glaube der TTT und Arie Rally die Männliche versichert das ist die Prämie ist die wir meistens also hier die mit die letzten Bremiums aber die weil ich schon auch noch oder hat nicht Jörner die Runde so dass er auch wenn ich hier verliere wenn sie dir oder auch nicht jemand hier im Grunde Leute können aber schlecht es ist Rüstung wie ich um einen halben Punkt es ist ein Schwerteschein Schmerz und dann werde ich sogar besser ja ich glaube es ist ein Schwert weil ich ich sehe ich wirklich ich weiß nicht sie das überwichtigste ich schlecht hier bin der entscheidet hat ich hab nicht genug Zeit zum Entschatten jeder hinten rum wo es alles muss ein freier Platz ist und da war ich erkämpfen Prozent Prozent der Blocklicht richtig von mir ein ein Prozent wo der war vor der Hitler Prozent ab und mehr da meine 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 Punkt ist sie sind überragend herr wo geht den reichen der Hochhausen scheiße er darfst du dich nicht zu schlecht nachgerechnet er wird sehen Behalter so langweilig Alta Dietz zwei Heats von den Alter ja was denn? Warum schaust du Punkt Punkt Punkt? Ne bin ich nicht also die Heats war richtig komisch also keine Ahnung dies auch jetzt bekomme ich normalerweise nicht das war ja schon 5 Block wenn fast ja jetzt gehe ich erst mal meinen Amprächtig und wenn erwartet wird so ok sonst hat es schwer wäre hier schon ganz nice Haas sagt ich darf kein Herzchen aber naja er läuft bei dir ich hab 3300 ha 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 A ha ha Prozent das fällt da hat TN nachfällt TN 19 ein ich weiß nicht er hätte ich habe mich anschaut in der Brunnen Brüder ich habe die Joglie welchen ich habe es daran oder mal hier so so ich weiß nicht, äh, äh, ich spiel gut oh, der zieht richtig Damage mein Gott, Alter, mein Lootskills warum griffst er nicht an? versteh nicht mein kleiner Bruder so weil ich will wahrscheinlich der anderen hier Regis upcheckschen ich schmeiß erstmal hier mal im Bass scheiß da hin aber das brauch ich eigentlich noch, aber egal weg weg, äh, hier Speedbottle gönn ich mir na, hier, das, da, so, so, so er wird hier so so, so ich hab so viel Essen weg mal schauen was mach ich denn mit den Eisen ich hab sechs Eisen noch zwei Eisen könnte ich mit Hanisch bauen noch ein paar Brötchen was labert der? look not okay ich weiß es nicht, was der vorhat, aber ich glaub der will enchanten oder so keine Ahnung oder die anderen Registern ich weiß es nicht ich weiß es nicht warum pack ich meine, wo brauche ich nicht ich hole mal die andere Registern, aber das ist schon wieder so eine lange dann erzählt es dir nicht eine lange Runde auch oh, oh, bitch ich geh mal ein ich geh lieber in Rüstung schon, oder? so soll ich meinen Eisen shot craften und das dann enchanten, oder? hm mehr was, ich brauch nen Kuchen so, ich weiß nicht soll ich soll ich einfach meine Hose enchanten? oh, die bringen auch richtig viel das waren zwar keine OP Hühner aber ja, also ein Eisen-Schwirt, Job ist 1 ist dann schon besser wie ein Tier-Schwirt aber so ne Rüstung enchantet ist schon auch ziemlich OP ich hätt schon einfach meine Rüstung ich hab ja auch keine Pfeile eh, nur 4 Stück, deswegen lieber Bogen eh, hier lieber Rüstung eh, hier die Hose na, das war dumm au kille die besten Sachen die besten Sachen, was man haben äh, hier bekommen kann warte, warum geh ich hier raus? ich wollte mal schauen, ob hier er schon oben war boah, alter, hier stirbt doch keiner ähm, wollen wir gleich sehen, wenn wir die Kiste anschauen nö, sieht gut aus ich weiß nicht ne, der war auch nicht hier ok aber bringt er auch nichts mal ist nicht ein überragender Stuff das bringen das bringen allgemein mehr, weil die bringen um ein hier um ein Hungers, eine Hungerskölle mehr ich brauch kein Essen mehr buchtiere war, die die Runde geht schon so ewig lang wo ich jetzt gehe es um kein Bock mehr keinen Bock mehr die Hunde geht schon über 20 Minuten 70 Mal oh nee die nö die requiem ferr die 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 ich mein Punkt haben weil ich jetzt aber auch Pfeile und hat Bogen Schatten Kipa 1 was schon wieder beheben ich habe ihn als in der Vorlage schon kritischer Haas würde ich mal sagen jedoch meine Schuhen Schatten wäre ich die Gruppe der Feder vorliegen hier noch wir wollen nicht das auch nicht alter Schwede ob ich war ein Jahr es gehen würde ja ich schiebte es in den Charterrunden würde ich mal sagen 4 die Hühnerin und was naja was schon so Prozent die Töckchen hat sich wieder in die Schweine erheben und gilt nur hier und es ist um ein Helm hier die ganze spieler ich bin eigentlich immer nur im Kreis ich soll mir mal hier Egal, ich entscheide einfach mal eine ganze Rüstung. Ich werde einfach eine Entschadterrunde. Ich schaue nicht so schlimm. Für mich ist es nicht eher schlimm, weil ich hier viele größere Datei habe zum Rändern. Weil ich habe so viel zu essen. Und ich könnte ja hier Vorsprung und so, wenn ihr wollt. Wenn ihr nichts hier Spannendes passiert. Boah, gleich 12 und ein Deathmatch. Alter, schwierige die Runde lang. Oh, killen. Ich jetzt ging es suchen. Bum, 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 bum. Da ist der Thomas Super-Kumine-Kraft. Der fickt alle. All die Fichte, hier, hier, hier. Bam, 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 bam. Das war. Tsch, tsch, tsch. Weg, 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 weg. Brauche nicht. Mainstream-Sache. Gut, gut würde ich mal sagen. Wenn wir zwei Premier machen. Hier in Deathmatch. Ich glaube mal nicht Demon. so hat es halt mal ausgesehen am Anfang hier wieder wenn er so ein Koppel ich gehe mal bei Hanisch und Jaha Hagen obwohl es ist die größere Wahrscheinlichkeit dass ich auf Hanisch kein ich mache glaube ich auf Film oder nicht mal auf Hanisch auf Hanisch oder ja nein es war so klar oh mein Gott oh mein Gott jetzt ist Rennen angesagt oh mein Gott der Bogen, Alter nein, lass mich in Ruhe oh mein Gott aber vielleicht kann doch das vor siehnt, ich weiß es doch nicht Boah, diese Bogen, es gibt es Boah, Alter das waren jetzt schon fette Heats ich muss essen jetzt habe ich keine Pfeile mehr ich muss essen oh, das ist mal nice bei ihm so oh, das wäre nicht schlecht lo, 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 der double-ip von dem hm alter, was mache ich? das war ein ziemlicher Fail von mir jetzt ok oh, das war ein Fail ok, was mache ich jetzt? ok ok da ist noch ein Fail boah ich habe gleich das war jetzt natürlich ok 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 oh mein Gott, was ist das für eine Runde? ok ok oh PUH ok 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 gut was mache ich nun kein Fuss das ist natürlich bild sich machen das ist meine Idee dass er überlegen ist das hat sich was sie tun hat er wenn es gezogen hat dann muss ich bin richtig low es ist gleich ich greife jetzt einfach an mir doch scheißegal komm YOLO Gigi Gigi also das war jetzt ziemlich krass da ist mein Minecraft abgeschmiert das tut mir jetzt aber leid also das war hier eine kleine ja wie soll ich sagen hier eine ziemlich lange Runde mal was anderes so in der Arch sieht es auch immer in Klamour aus also in intern Klamour alle entstanden nur noch und keine Ahnung auf jeden Fall hoffe ich mir mal es hat euch trotzdem gefallen auch wenn jetzt hier keine Ahnung wie lange das gedauert hat und wenn es euch gefallen hat lassen wenn nicht dann ne negative aber bitte begründen warum damit ich mich bessern kann und das war's von der Runde Ciao Luide